Das nächste Video ist Rated P Ich sehe die Welt gerade nicht so wirklich So ich bin jetzt auch oben hinter dir Also wir haben auf jeden Fall rechts von uns und links von uns Wüste Wenn Lukas vorhin meinte, dass er schon das zweite Dorf gefunden hat Dann würde ich gehen mal stark davon aus, dass eins davon in der Wüste sein wird Ja, also er jagt auf jeden Fall schon Wahrscheinlich jagt alleine, weil Antje dann irgendwo im Hinterhalt ist Ja und Pummi ist ja auch noch dabei, darf man nicht vergessen Warte, hab ich da gerade einen gesehen Ich weiß es nicht Wollen wir gucken hin? Ich bin der Meinung, da hinten hinterm Berg, weißt du, da wo die zwei Bäume draufstehen Es kann gut sein, dass nur das hohe Gras da war Komm, go, 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 rush Rush Erstmal nur Eisenschwert draußen behalten Damit es so aussieht, als ob wir nur Eisen hätten Und dann, wenn... Ja, aber ich mit der Diorrüstung, ne? Ja komm, die denken, dann hast du nur ein Eisenschwert Und dann zückst du immer dein Dior durch Und BAM in die Fresse, weißt du? Dior durch Die Dior durch Äh, ist die Frage Äh, lass mal von dem Berg hier ein bisschen... Obwohl, ich würde da hinten noch ein bisschen weiter gehen Wir sind voll im Spotlight irgendwie, ne? Ja, macht nichts, das ist gut so So hab ich's am liebsten Okay, alter, hier, das ist ein relativ großer Berg Ja, in der Tat Hier fängt wieder Savanne an und die ist echt... Oh, da ist schon die Mitte der Karte Was? Da ist schon die Mitte der Karte Guck mal, da ist der riesige Schatten Da Ist das die Mitte? Ja, das ist die Mitte Warum ist das, ist das so ein großer Schatten? Weil da oben die Lobby ist Oh Oh Wollen wir hier unterkennen? Warte, warte, warte Warte, warte Ne, doch nicht Das ist cool Äh, lass mal hier ein bisschen runter Ja Scheiße, hier sind auch keine Hühnchen, ey Das kann ich wahr sein War auch unbedingt Ich hab extra, äh, holz und alles mit Wollen wir mal in die Mitte der Karte Nö, in der Mitte der Karte ist mit so riskant, ehrlich gesagt Irgendwann bisschen außen aufhalten Aber bei Team Dustin und Carsten gehe ich mal davon aus, dass sie sich lange einbuddeln werden Ja, wir sind jetzt auch schon auf der Jagd hier, also Warte, ich muss das essen Weiter Nicht vergessen Eisen draußen lassen, das Eisenschwert Ja So, ich vergesse nachher nicht, um zu switchen Ja, ne, das ist ein Mausrad Ja, trotzdem Trotzdem, trotzdem, trotzdem Ich darf das nicht unterschätzen Wollen wir mal da auf den Berg, oder? Würde ich fast vorschlagen, ja Moment Ne Wo bist du? Okay, hier, hier war noch niemand So viel kann ich sagen Wo bist du? Ich bin links von dir Beziehungsweise hinter dir Da Hier war noch niemand, weil das Wasser hier, das gerade ist runtergeschlossen Ja Ein kleiner Wasserfall da, ja Auf jeden Fall Bist du denn jetzt, ich verglich ihm aus den Augen Ja, lass den Berg mal klimmen Ja, würde ich auch sagen Lass aber nicht die ganze Zeit sprinten, wir verlieren zu viel Hunger Ich sprinte eh nicht Hier hat aber einer den Block abgebaut Hier war schon jemand Okay, ne, hier war noch niemand Das Schiff, das ist unser Wannenbaum Das ist unser Wannenbaum Unten ist so ein Tal Und jetzt so schöne feindliche Base entdecken und einfach durchschnitzeln, ey Aber hier sind noch relativ viele Kühe Also, wäre es Lukas, dann wären die keine mehr Das weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher Ist halt die Frage, ob die anderen auch eher am Rand der Karte entlang rennen, oder Lass doch einfach mal am Rand, den Rand abgehen, Fabian Ja, dann lass mal ein bisschen, aber nur geradeaus laufen Lass ihn, lass ihn in die Mitte und dann uns für eine Himmelsrichtung entscheiden Ne, ne, nicht wieder zurück zur Mitte laufen Ist ja langweilig Wir kommen eh überall an den Rand Ist nicht das Problem Müssen auch nur müssen laufen Ja, ist was nicht Ah, nicht sprinten Immer wachsam Ja Also, lass mal sagen, dass du vorne und rechts rechts, ich decke hinten und links Ein bisschen, weißt du Ja, ich gucke mich eh die ganze Zeit überall hin um Ich auch Natürliches Misstrauen Was ich frage, gehen wir euch jetzt wieder den Berg hoch? Ne, lass mal Lass mal Naja, das macht er nur um uns Warte mal Macht er nur um uns zu verwirren, alles gut Natürlich Psychokrieg Was? Psychokrieg Ja Ich glaube, wir umgehen den Berg hier jetzt Ja, na ne Wenn wir raufgehen, sind wir zu seinem Spotlight, weil man die Berge eigentlich immer checkt Wie zum Beispiel, ich gucke automatisch da oben auf die Spitze, wenn ich auf den Berg gucke Weißt du Naja Auch immer mal umgucken, weil ich glaube, creepy geht auch immer auf Berg, um sich auf sich zu verschaffen Ja, natürlich, ist auch das logische Ja Gott, da steht auf einmal die Kuh vor mir Okay, okay, da hinten ist äh Wiese, glaube ich Könnten wir auch viel nachstoßen Das wär natürlich sexy Das wär echt sexy Die Sonne geht bald unter Ja, aber wenn die Sonne untergeht, einbauen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen würde Oder wollen wir lauern? Wollen wir uns so einen kleinen Unterschlupf? Ich glaube, das bringt nicht viel, sich einzubauen Oder wir machen ein Date Wir beten Ne, ist ein Berg Wir beten so Leute wie, 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 äh, Antje Mit ner Truhe oder so Ja, ne Triple Moment Triple Alle auf einen Fleck Alle auf einen Fleck Kann nicht sein Von den anderen nur noch zwei Leben jeweils Oh shit, da hinten Da hinten Laufen Ja, warte, wir müssen uns Vorteile verschaffen Oh shit Wer, wer kommt da? Das dürfte Lukas sein Weil der vergessen, dass Jack nicht mehr lebt Deswegen hat er Triple geschrieben Wollt ihr hier hinten auf den Berg rauf, ja? Ja, ich kann grad nicht sprinten Wieso nicht? Keine Ahnung Kommt er? Ja, die sind ein bisschen hinter uns Okay, guck hier drauf Hier an der Seite hoch Lass gleich Lava fließen Okay Wo? Hier? Wartet, chill Mach noch nicht den zweiten Eimer Guck mal, nehm keine Pfeile Guck mal, wie schlecht sie ausgerüstet sind alle Die lagen die Wichser Okay, ich setze hier auch noch ein hin, ne? Piss, die haben einen Fübel gebaut Warum baust du da jetzt Wasser hin? Und hier Lava? Hier? Hier, ne? Ja, ne, ne Oh, chill Soll ich mal ein Pfeil abschießen? Ja, mach mal ein Pfeil Ja, mach mal, schrecks mal ein bisschen ab Oh shit, denkt er sich jetzt Aber wir haben leider keine, äh, keine weiteren mehr Soll ich mal Fackeln hinbauen? Also wir sollten vielleicht auch ein bisschen auf hinten achten Nicht, dass da nachher noch Dustin und Carsten kommen oder so Oder soll ich abbauen und wir laufen? Laufen bringt eigentlich nichts Warum? Ja, weil die uns eh hinterher kommen Alle haben gar nicht richtig Herzrasen Was? Irgendwann müssen wir fighten Ja Aber wir sind halt gerade in einer Vorteilsposition Da hätte man nichts schreiben sollen Ich hätte ihn nicht gesehen Scheiße, dass man nichts werfen kann oder so, äh Da keine Pfeile Da versucht sie an der Rand zu sneaken Da an der Seite, von der Seite Von der Seite kommt einer Das ist alles gut Creepy kommt von hinten, oder? Nein, die sind auch noch beide da Da unten ist auch noch einer Ja, das ist Pumi, Junge Der rennt da noch ein bisschen dumm rum Ja, die kommt, sie kommt Meine Lava ist weg, meine Lava ist weg Oh fuck, was machen wir jetzt? Ja, ich hab da eine Lava hier Okay Warte Wir sind in der Aufnahme Wo, wo ist Pumi hin? Weiß es nicht Okay Warte, halt, halt, eigentlich einen Blick Hochbauen, hochbauen Hochbauen, die Lava fließen lassen Ihr Hulen Aua Okay, alles klar Hochbauen Hochbauen? Nein, nicht hochbauen Viel zu riskant Wenn Pumi auch ein Bogen hat Dann kann man sich hochbauen Dann bauen wir uns die Base um uns rum Ne, ne, das bringt nichts Da kommt einer Da sind zwei Da sind Creepy und Pumi Halt, Antje im Blick Behalt, Antje im Blick Okay Alles Cello Weil die kriegen da unten unter Umständen nachher Monster Problem Ja Die da unten fighten müssen gegen Monster oder sowas Ich hab eigentlich im Blick, ne? Wollen wir runter und Antje schnetzeln und dann laufen? Das Wasser springen runtergefallen Ja Ja Lass mal runter, Antje schnetzeln und laufen Pumi ist da hinten ein Loch gefallen Ja Auf Creepy? Der hat jetzt mit dem Skelett zu tun Rauf doch Okay, komm Na, wo bist du? Da, da läuft er Richtung Antje Wollen wir? Ich hab Pumi Lava hinterher geschnittet Jawohl Voll genau Oh, Mario Gigi, Alter Oh, shit Ich hab im Skelett zu tun Okay Da hab ich ihm grad ein bisschen Lava hinterher geschnitten Wie geil ist das denn? Gigi, okay Okay, okay Wollen wir fliehen? Hier, hinter dir Hier ist ein Skelett Ne, warte, lass mal Lass mal ihn wieder auf den Berg rauf Ja Oh, fuck Alter, kommst du raus? Alter, der ist ja grad irgendwo runtergestürzt Sneaken, sneaken, sneaken Wir können das auch wegsneaken Ne, warte Wir sneaken uns jetzt nicht weg Vorteilsposition, Alter Gehst du auf den Berg rauf? Ja, ich geh grad auf den Berg rauf Wo sind die anderen beiden hin? Ah, Ghosten ist verboten Das müssen wir nochmal sagen Ja, das macht er nicht Der wird schon nichts sagen Die sind weg Die sind geflohen Die sind echt geflohen Aber die sind in die Richtung da irgendwo Okay, wollen wir auch weg? Meine, den Kampf vermeiden ein bisschen Warte, warte, warte Ich hab da hinten, glaube ich, eben gerade wieder nahen gesehen Irgendwo Ah, shit, ey Sieh, 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 sieh Ich bin der Meinung dahinter, hinter dem Berg war im Namen irgendwo Vielleicht einfach in die Richtung wieder, hier Warte, hier sind gerade so viele Zombies Ja, und Wir sollten erstmal hier oben bleiben Ja, soll ich uns mal einbauen, so ein bisschen? Nee, nee Wir brauchen uns nicht einbauen Ich hab keine Pfeile mehr Doch, ich hab ein Pfeil Ich hab ein Pfeil Ein Pfeil wieder, ein Pfeil Ich muss das Essen Es was Du musst Leben regenerieren, falls du verloren hast Ich hab nichts verloren Ich hab volles Essen Ich nicht Oh, ich hoffe, Pumi hat meine Lava noch gesehen und ist dann gesprungen, ey Wie ich ihm die Affe geil hinterher geschüttet habe Das war well played von dir Wixer Warte Trololol Alter, Fabian, du bist so geil im Kriegsschritte gehen Das ist Unfucking fach Ich freu mich richtig Jawohl, jetzt ist es 2 gegen 2 gegen 2 Oh, ihr Wixer Komm, lass gehen Ich hab keinen Bock, mich über mich zu hocken Ja, warte Ich hatte das Gefühl, dass er sich jetzt mit Dustin zusammen tut, weißt du Das glaub ich nicht, dazu ist er viel zu stolz, ey Da unten sind auch 3 Creeper, also wir sollten nicht in die Richtung Ne, wir sollten uns allgemein noch nicht hier runter wagen Weil wenn wir unten in einem Fight sind und dann gecatcht werden Dann sind wir eindeutig in der Nachteilsposition Ja Das Laserplay eben Oh, herrlich Ich hab nur gesehen, wir unten Soll ich mal die Fackeln wegmachen? Komm, was soll ich das wegmachen? Mach die mal weg So Fabian, das bauen wir hier so ein bisschen Erde weg Und Okay Fabian Fabian Ja, was? Bau die Innenseite des Berges mit aus Dass wir uns so ein bisschen drin verstecken können Ne, ne, warte Warte, chill Wir brauchen momentan gar keine Angst zu haben Wir sind voll im Vorteil Jetzt ist alles ausgedreht Ich hab voll die Angst Ja Die war Was? Sie waren vor euch da What the fuck? Was laberst du? Pass auf, jetzt kommt der Geldgesprache Feuerunterlättern Verstehst du? Ne, ne, nur im Kopf Oh shit Boah, jetzt wär doch endlich mal Tag Ey Bis zum nächsten Mal